Wir waren gestern in Burgenland, überall stand diese Zeile. Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Sie sollen Zeichen sein. Dieses Gotteswort begleitet uns durch die lange Nacht. Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Sie sollen Zeichen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Sie sollen Zeichen sein. Schlafen wir es so hoch, um zu singen? Na ja, klar. Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Sie sollen... Oh, es klingt doch sehr sparsam. Ihr lieben Männer, ihr dürft auch mitmachen, damit es oben noch ein bisschen voller klingt. Es soll ein Gotteslob werden, mit einem schönen Kahn und... Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Sie sollen Zeichen sein. Oh, noch mal. Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Sie sollen Zeichen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Jetzt fragen wir gleich einen Kanon. Der Gerhard Barth kann das Lied natürlich. Die erste Gruppe singt da mit ihm. Die zweite mit mir hier. Ihr fangt dort an. Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Um Tag und Nacht zu teilen. Sie soll ein Zeichen sein. Und Dichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Sie soll ein Zeichen sein. Schon sehr schön. Wollen wir einfach mal zeigen, als Symbol unsere Hände dazu brauchen. Die Lichter sehen wir zum Himmel steigen. Sie sehen sich vom Himmel herunterkommen mit unseren Händen. Wollen wir es mal machen? Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Und wir beginnen dort. Lichter sollen sein, Lichter sollen sein, um Tag und Nacht zu teilen. Und dann der Begriff, lange nach der Kirche, der uns seit vielen Jahren begleitet. Lange nach der Kirche, nach der offenen Türe, Gottes Liebe spüren, hier und jetzt. So viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen, hier an diesem Ort. Will Gott uns segnen, lange nach der Kirche, nach der offenen Türe, Gottes Liebe spüren, hier und jetzt. Seit vielen Jahren begleiten mich in Österreich Charlotte und Horst Rostowski, hier aus Wien. Ihnen verdanke ich ganz viel auch die Mühe, um den Stephansdom hier einfach dabei sein zu dürfen. Es ist sehr schön. Lange nach der Kirche, lange nach der Kirche, nach der offenen Türe, Gottes Liebe spüren, hier und jetzt. Lange nach der Kirche, nach der offenen Türe, Gottes Liebe spüren, hier und jetzt. Ich weiß nicht, ob ich nicht so gut höre, aber ich meine, es könnte noch ein bisschen besser hier vorne ankommen. Sein Sie so lieb, legen Sie sich jetzt mal ins Zeug. Und lange nach der Kirche, nach der offenen Türe, Gottes Liebe spüren, hier und jetzt. Oh, danke, das klang ganz gut. Wir sind von Gott beauftragt, nichts zu verschweigen, auf der weiten Welt. Unrecht anzuzeigen, lange nach der Kirche, nach der offenen Türe, Gottes Liebe spüren, hier und jetzt. Danke für den wunderbaren Gesang. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von abakusmusik.de und jetzt.